Die gefährdete Marmorata-Forelle wurde vom Schweizerischen Fischereiverband zum Fisch des Jahres 2024 ernannt. Der Verband begründet dies damit, dass diese Forelle ein Botschafter für die einzigartige Fischvielfalt der Alpensüdseite ist, aber bedroht ist. Laut einer Mitteilung des SFV vom Dienstag hat dieser bis zu einem Meter lange Fisch seit Jahrtausenden die Gewässer des Tessins, des Bergelds und des Puschlafs geprägt. Lange Zeit hatte die Marmorata-Forelle aufgrund ihrer perfekten Tarnung und Dominanz eine unangefuchtende Position in den Gewässern der Südschweiz. Nun jedoch zahlt sie den Preis für eine falsche Besatzungspraxis in früheren Jahrzehnten und wird in der Fortpflanzung durch nicht fischgängige Kraftwerke behindert. Mit falscher Besatzungspraxis meint der SFV, dass Rheinforellen in die Gewässer gebracht wurden, wo die Marmorata-Forelle heimisch ist. Viele der Marmorata-Forellen sind daher nicht mehr genetisch rein. Es ist alarmierend, dass heute kaum noch jemand eine Marmorata-Forelle entdeckt, heißt es in der Mitteilung weiter. Zur Rettung der Marmorata-Forelle wird nun ein Projekt wie für den fast ausgestorbenen Fisch Oroidodubs im gleichnamigen schweizerisch-französischen Fluss geprüft. Das Projekt Marmogen des Fischereiverband Südtirol dient als Vorbild.